Das ist Marcel. Als Sohn eines Metzgers war ihm Qualität schon immer wichtig. Und sowieso, zu Hause schmeckt es immer noch am besten. Dann kam Marcel die Idee. Frische Hausmannskost online für alle. Und das in ganz Deutschland. So, ab jetzt schmeckt jeder ein Stück zu Hause. Und nebenbei, das freut auch die Bauern in seiner Region. Und sogar Mutti ist hin und weg. Jetzt online bestellen. Deutschlandweit. Zu Hause frisches Essen.